Mein Name ist Oliver Kahn und ich war mal Torwart. Das war 14 Jahre lang. Jetzt bin ich auf die großartige Idee gekommen, zurückzukehren. Aber diesmal nicht als Torwart, sondern als Vorstand. Tag, Herr Eier, wir brauchen Eier. Olli ist erstmal ein entspannter Mensch. Als Torwart war er etwas explosiver, manchmal auch gefährlich, würde ich sagen. Da kommt Olli mit gestrecktem Bein. Wenn man alleine auf Oliver zugelaufen ist, hat man schon gedacht, schnell abspielen oder schnell schießen, weil sonst bricht er mich auf.